Ja, schönen guten Mittag, liebe Zuschauer, oder wie soll man es sonst nennen? Unübliche Zeit, aber ein ganz besonderer Moment für diese U19 des 18. Geburtstages. Er ist sicher das Übertalent. Baslak traf Kapp und wir schauen auf die Spiele. Vorletztes Jahr, Finalsieg 5 zu 0 in Hannover gegen Hannover 96. Letzten Wackenscheid gegen den FC Schalke 04. Hier vor 13.000 Zuschauern gab es eine Niederlage gegen Schalke. Und hier erleben wir also nun den Nachfolger des Titelverteidigers. Wer kommt hier in der Anfangsphase? 3 zu 1 nach 3 zu 0 im Hinspiel. Sehr souverän zu Hause drüben in Sinsheim. Die Szene im 16er gegen Jonas Arbeit. Missverständnis, in der Profis mittrainiert und schon gespielt hat. Dreimal in der 1. Liga. Die weiß, dass ich immer noch am Herzen an der Mannschaft hänge und dass ich sie unterstützen möchte, wenn auch nur von der Tribüne aus. Und von dem her war sie absolut verständnisvoll und am Auftritt. Grundsätzlich, was Spielanteile angeht, sind mir, glaube ich, ein bisschen am Vorteil. Nur wir haben eine extreme Konteranfälligkeit. Und da hat Dortmund, Gott sei Dank, bis jetzt mal einen genutzt. Wir hatten noch zwei, drei Riesenchancen, die sie Gott sei Dank liegen lassen haben. Von dem ist die Führung verdient. Und da hat er auch schon in der 3. Liga gespielt. Gebürtiger Dortmunder. Er ist in die Mannschaft gewünscht für Merz Sahin. Da sind zwei der drei. Ballverteiler als einziger reiner Sechser. Da ist er am Ball. Und dann, dass sie wirklich Freunde geworden sind. Und sich, wie es die Beide sagen, im Moment tatsächlich auch vermissen. Aber damit ist ja dann Sommer mit Saison Neubeginn Schluss. Denn dann sind sie ja. Wird ja dann das Finale steigen in Sinsheim. Eröffnung Stuttgart. Finale hier. Und jetzt die Chance zum Ausgleich. Ausgleich. Guter Spielzug. Der Gastgeber und Geiger. Die Spieler, die sich einfach darum kümmern müssen, ihren bestmöglichen Raumkarriere als Wohlverdienender. Ball geht durch, aber nicht rein. Glück kurz vor der Pause. Noch mal für die Hoffnung. Über Züricher im Tor der Hoffenheimer. Ecke für Borussia Dortmund. Eben fast ein Tor. Und wieder wackelt Hoffenheim, ohne dass Dortmund es nutzen kann. Nach der Ecke von Brunic. Standardmann Brunic. Deutsch-Bosniger. Zu gewinnen. Dafür braucht es einen Sieg. Steht es und in 90 Minuten gibt es die Verlängerung. Und steht es dann noch unentschieden. Die Hoffenheimer überhaupt nicht auf einen Dortmunder Gegenangriff eingestellt gewesen. Komplett konzentrationslos in diesem Moment. Die Hoffenheimer Jungs. Duasati. Und da ist Dominik Reimann. Geiger rutscht aus. Der Ball kommt gut und guck an, da sind sie wieder. So schnell kann das gehen. Und der Beck köpft ihn. Schauen Sie mal, der Rutsch noch weg bei der Flanke. Aber es hat Lage. Ja, so kann es doch bitte weitergehen. Durchaus unterhaltsam. Wir haben 6,5 Minuten gespielt in der 2. Hälfte. In diesen 6,5 Minuten. Auch sonst kein anderer Verwandtschaftsgrad. Dominik Heinz mittlerweile beim 1. FC Köln. Drei Tore. Dortmund hier in einem torreichen Spiel. Zwei vorne. Und Lars Ricken. Gut gemacht. Wieder direkte Reaktion. Der Hoffenheimer. Fast, fast, fast. Da war wieder Beck. Geiger mit der Schock. Der Beziehung war ich Realist und dass der Julian sich die Sache gut machen wird, davon war ich überzeugt. Und wir hätten einen Eindruck als Trainer, als Typ. Und fiebert jetzt hier auf der Tribüne mit, dass seine Mannschaft doch noch zurückkommt. Und dieses Spiel, da war wieder Ansatz. Zwei. Nebös. Da hinten ist doch klar. Jetzt wirft er hier ein. Im Zentrum könnte eine Lücke entstehen. Erstmal holen sie den Freistoß. El Buasati nimmt das mit kompletter Gelassenheit hin. Sagen wir es anders mit seiner marokkanischen Mentalität. Leidenschaftlich, temperamentvoll. Will er nicht einsehen, dass der Schiri da einen Freistoß gibt. Nachrücker bei Borussia Dortmund aus dem Juniorenbereich. Im Mainzer Kader, in der Mainzer Mannschaft. André Schürrle, der Weltmeister. Im Dortmunder Kader, in der Dortmunder Mannschaft. Der Weltmeister-Macher. Mario Götze. Mainz gewann mit 2 zu 1. 2007 gab es dann ein Endspiel. Leverkusen gegen Bayern. 2 zu 1 für Leverkusen. Bei unserem Online-Beitrag bei sport1.de. Da werden sie dann das Ding hochrecken. Sie haben den Titel. Janos Paschlack wird Meister an seinem Akt.